Die Light Nights verwandeln die Innenstadt drei Tage lang in ein Freiluftkunstwerk der ganz besonderen Art. Von jeweils 19 bis 23 Uhr locken Lichtinstallationen und Animationen in den verschiedensten Farben und Formen zu einem einzigartigen Spaziergang durch die Augsburger City. Dieses Jahr stehen die Light Nights Augsburg ganz im Zeichen des Hall-Jubiläums, welches den 450. Geburtstag von Elias Hall, einem der bedeutendsten deutschen Architekten des 17. Jahrhundertes, zelebriert. Augsburgs charakteristisches Stadtbild wurde maßgeblich von seinen architektionischen Werken beeinflusst. Wichtige Bauwerke wie das Rathaus, der Perlachturm, der Neue Bau und die ehemalige Lateinschule des Saar-Anna-Gymnasiums werden bei den Light Nights daher besonders in den Fokus gerückt und erleuchtet. Der Rathausplatz bildet dabei wieder das Herz der Light Nights. Dank der Kooperation mit dem Festival of Lights in Berlin wird auf der Fassade des Rathauses wieder ein beeindruckendes 3D-Videomapping zu sehen sein. Auch am Königsbau und dem Annahof sind Videomappings beide von Kaiser Schuhtechnik zu bewundern. Musik 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 Vielen Dank.